Wir können es nicht riskieren. Anteil Was ist sein Anteil an dieser Firma? Statistik Die Statistik wird uns viele Antworten geben. Lager Wie viel Material befindet sich im Lager? Transport Die Transportkosten werden immer höher. Transportkosten werden immer höher. Wert Einen Versuch ist es nicht wert. Wert Das Geschäft ist 5 Millionen wert. The deal is 5 million worth. Lektion 3 Finanzen Kontextsätze Hören Sie Das Geschäft ist 5 Millionen wert. He works for a bank. Er arbeitet für eine Bank. An analysis is required in order to proceed. Um weiterzumachen, ist eine Analyse erforderlich. Are we insured against the risks? Sind wir gegen die Risiken versichert? Depart Whit Los Los